Hallo, in diesem Video geht es um das kleine Stück Abide With Me von William Henry Monk, und zwar um den Alten. Eins, zwei, drei, vier. Das machen wir gleich nochmal. Die letzten fünf Töne am Lord nochmal. Nochmal, drei, vier. Und einmal noch, drei, vier. Von vorne. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und Achtung, nochmal, wieder die letzten fünf Töne feilen, nochmal, und einer noch. Die ganze Zeile, one other, drei, vier, weiter, die letzte Zeile gleich noch einmal. Und nochmal, drei, vier. Von vorne, ich spiele den Bass ein bisschen mit. Drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Drei, vier. Drei, vier. Jetzt möchte ich es noch zweimal durchgehen, zuerst mit dem Sopran zusammen und danach noch einmal mit dem kompletten vierstimmigen Satz. Sopran, eins, drei, vier. Zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier. Und noch einmal mit allen Stimmen. Sopran, eins, zwei, drei, vier. Sopran, eins, zwei, drei, vier. Sopran, eins, zwei, vier. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war es auch schon. Kurzes Video heute. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Es gibt auf YouTube ein ganz nettes Video von den Kingsingers mit einem Singalong, wo die Noten mitlaufen und wo die Kingsingers dieses kleine Stückchen singen. Das verlinke ich einmal, dieses Video von den Kingsingers. Da könnt ihr einfach dann alle Strophen mal mitsingen und gucken, wie gut ihr es schon könnt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da, wenn ihr das nicht schon getan habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.